Ja, und ich möchte noch mal daran erinnern, dass in Büchel hier auf diesem Bundeswehrstützpunkt nicht nur Atomwaffen zum Einsatz bereit liegen. Ein Teil der Flugzeuge und der Piloten der Tornados sind eben halt auch in Inselec stationiert, um mitzuhelfen, Syrien zu bombardieren. Und wir wollen jetzt ein Lied hören von einem Geflüchteten, der in Trier lebt, Mohamed Kouchari, der aus Syrien kommt. Mohamed? Der ist Mohamed Kouchari, ich komme aus Syrien, wie man gesagt hat. Ich bin Araber, Muslim und habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe keine Bombe dabei. Wir sind hier alle zusammen gegen Bomben. Erst gegen Atomwaffen und Atombomben. Und wir machen es weiter, gegen Waffen, überall, gegen Bomben, irgendwelche Art von Bomben. Und wir machen es weiter, bis die Welt in Frieden lebt. So, das ist ein Lied von mir, also selbst komponiert, Musik und Text auch, und heißt Als ich ein Kind war, habe ich viel von meiner Mutter gehört, dass wir auf der Erde sind, nur in Frieden zu leben und nicht gegeneinander zu kämpfen. Und das war was anderes, als der Krieg in Syrien begann. So, fangen wir jetzt an. 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 I have a short story to tell you right now But a language with those I don't know even how We've closed our eyes for a while no more We've seen everything, it's not like before Blood and bodies that were everywhere We couldn't go out cause snipers were there We couldn't even move from place to place How horrible is that or what a sad case, yeah It's not the end, we can get the peace back We can do everything, we can get the home back We just need one step For the way it doesn't get past We need to hope and we have to work hard A moment where we live Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Cholm'i hâda, fii sabyrihi, qad amu. Cholm'i hâda, qad tawma, aindii sukum. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh, uzah sorukwa wubanii, fi kill-imakaan. Nuridu anna, arishat fi salaam. Salam, 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 Salam. Salam, Salam, Salam. Salam, 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 Salam. Also alle die, die heute Abend noch länger bleiben, können Ihnen noch mehr hören. Ja, Mohammed, nochmal ein großes Danke, auch von mir, es bewegt mich immer wieder sehr, seine Lieder.